Hallo Freunde, herzlich willkommen hier bei Assassin's Creed Black Flag im Hauptquartier von Abstergo Entertainment. Ist das nicht eine grandiose Aussicht? Der komische Hacker, der hat uns hier das letzte Mal in das Büro des CEOs, naja, gezwungen, mit so netten Alternativen wie, du gehst jetzt entweder hier rein oder springst da die Brüstung runter. Und jetzt hat er uns gebeten, dass wir in die Lobby gehen. Ah, jetzt ist so hier vorne die Sekretärin weg, das heißt wir können hier raus und er möchte, dass wir in... Ja, genau, ich bin auf dem Weg. Lass mich doch mal erzählen, hier gibt es auch Leute, die möchten zuhören. Ja, ich erzähle hier nur gerade meinen Zuschauern was. Er hat uns gebeten, in die Lobby zu gehen, wie ihr es gerade auch nochmal mitgekriegt habt. Und angeblich kommt da jetzt irgendein Kurier, der irgendwas abholen will von uns oder der uns irgendwas geben will. Ich weiß es nicht mehr genau. So, das heißt wir fahren jetzt mal runter in die Lobby und gucken mal... Ach, da ist ja die Kurierin, die kennen wir doch noch vom letzten Mal. Na hallo? Ich weiß gar nicht, was ich hier geben soll. Wie haben wir da jetzt was gegeben? Keine Ahnung, aber wir sollen auf jeden Fall zum Animus zurückkehren, das heißt wir fahren jetzt... Das war sehr gut. Entschuldige bitte meinen Ausbruch vorhin. Du bist bei den Guten. Versprochen, wir beschützen dich. Ja, du kannst mich mal, du Blödmann. Ich melde dich. So, wir fahren nach oben und kehren zurück zum Animus, also zurück zu Edward. So, wir suchen dann nochmal unseren Schreibtisch, der war glaube ich irgendwo hier drüben. Da glaube ich, war das nicht... Oh Gott, ich weiß nur nicht mehr welcher das war. War das der hier mit der... Ja, das war der hier mit der Gitarre. Können wir mal kurz gucken. Da steht unten Edward, hier der... Da fehlen aber noch ein paar, muss ich sagen. Da fehlen echt noch ein paar. Ach so, nee, das ist gar nicht unser Schreibtisch. Das ist auch nicht unser Schreibtisch. Ah, okay, die haben jetzt hier andere Figuren, das ist ja auch cool. Welches ist denn jetzt unser Schreibtisch gewesen? Der hier. Siehst du, wir haben nämlich schon... Ich glaube, Kit. Ist das Kit? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist unser Platz hier, oder? Ist das unser Platz? Ja, das ist unser Platz. Dann steigen wir mal wieder in den Animus. Äh. Ach so, da war ja was. So. Kernzugriff gewährt. Extraktion wird eingeleitet. Extraktionssequenz eingeleitet. Kern durchbrochen. Zugriff auf Informationen. Okay. Olivier, hier ist die ursprüngliche Präsentation, die ich erhalten habe. Sie ist ein bisschen mager, was die Fakten angeht, aber diese Leute wissen, was sie tun. Wir wissen mehr, wenn sie am Montag eintreffen. Sag Bescheid, wenn sie teilnehmen möchten. John. Ähm. Ich muss mal die Taste suchen. Einfügen. Äh. Ach so. Das war gar nicht unser... Ähm. Das war auch nicht unser Arbeitsplatz. Verdammt, wo ist denn hier nochmal unser Arbeitsplatz? Der hier? Also mit dieser Nerfgun, das wäre bestimmt mein Arbeitsplatz. Das muss ich ja sagen. Äh. Ich... Glaube, das ist es auch nicht. Aber wenn wir schon mal soweit sind. Ich muss irgendwie auf eine dieser... Wie komme ich auf diese blöde Linie drauf? Ich muss auf diese grüne Linie. Aber irgendwo muss die doch eine Ecke haben. Ah, ich muss irgendwie... Nee, aber da komme ich auch nicht hin. Hä? Jetzt bin ich wieder verwirrt. Wir müssen irgendwie von... Von da oder so. Nee, da... Da rutschen wir auch einfach weiter. Äh. Gefühlt gibt es hier gar keinen Punkt, wo wir... Nee. Ich gehe hier einfach mal raus. Aber Moment, warte mal. Was war denn mit den Dingern nochmal? Das probieren wir nochmal aus. So, jetzt kommen wir da raus. Ah, jetzt sind wir auf der Linie. Super. Das heißt, das können wir jetzt auch noch hacken. Extraktion wird eingeleitet. Extraktion und Sequenz eingeleitet. Kerndurchbrauch und Zugriff auf Informationen. Was kriegen wir jetzt? Wieder irgendeine E-Mail. Der Mechanismus von Antikythera. Sieht ein bisschen aus wie ein Safe. Kann ich hier noch schließen. Dieser Mechanismus wurde für eine Rechenmaschine gehalten, die zu... Okay. Bagdad-Batterie. Von der habe ich sogar schon mal was gehört. Muss ich sagen. Kann ich hier auch... Ja. Blutampullen. Kristallschädel. Ah, Indiana Jones. Äh. Eine CD. Äh. Ein Buch. Okay. Keine Ahnung, was das für Informationen sind. Zu viele auf jeden Fall. So, jetzt muss ich aber endlich mal unseren Schreibtisch finden. Und ich glaube... Jetzt haben wir ihn endlich gefunden. Da ist Edward. Ah, und da ist James Kidd. Deren echten Namen ich natürlich wieder vergessen habe. Und jetzt sind wir endlich im Animus. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Du könntest verletzt werden. Das würde ich nicht ertragen. Ich bin vorsichtig, ehrenwart. Und wenn ich erst reich und etabliert bin, lasse ich dich holen. Bestimmt. Caroline! Komm weg da! Nicht überanstrengen! Ich kann dir nichts versprechen, Edward. Wenn du zu diesem... Wagnis aufbrichst, kann ich dir nichts versprechen. Gib mich nicht auf, Caroline! Nicht, wenn ich dich am nötigsten habe. Tja, der arme Edward, der hatte es wohl in seiner Vergangenheit, bevor er Pirat wurde, nicht leicht. Aber wir sind wieder in Nassau, auf den Bahama... auf Nassau, in den Bahamas. So. Versuchst du deine Gedanken zu ordnen? Nur ein kurzer Brief nach Hause. Ich bin hier sicher ohnehin egal. Oh, ein hartes Herz, das weicher sein sollte. Oder da war ich, wo es hart sein sollte. Woher kommt das plötzliche Interesse an seinen harten Stellen, Mr. Reckham? Was ist da passiert? Oh. Das sieht wohl aus, wie die... Galene... Galene, genau. Die Galeone, die wir vorhin gekapert haben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich würde aber sagen, wir gucken erstmal kurz, da stand nämlich eben was, wir können ein neues Pistolenholz da herstellen. Wobei ich nicht weiß, was uns das bringt. Das ist, glaube ich, Monturen, oder? Äh, nee. Wo können wir denn... Herstellung, da war es doch. Pistolenholz da vier. Boah, da können wir uns das Dreier direkt sparen. Und ich sage mal, direkt ein neues. Können eine... Achso, was ist denn hier? Können wir das... Nee, da bräuchten wir Knochen des großen weißen Haies. Okay, den haben wir noch nicht. Das haben wir auch noch nicht. Das heißt, wir müssen tatsächlich mal diese ganzen Tiere irgendwann sammeln. Große weiße Haie, glaube ich, brauchen wir jede Menge. Uiuiui, also Katzenfellmontur. Nee. Nee. Achso, das sind die... Ah, jetzt verstehe ich das, glaube ich. Äh, die wird der wahrscheinlich tragen, wenn man... Oder? Jägermontur. Schlafpfeile. Könnte ich mal welche herstellen. Da müssen wir die nämlich nicht kaufen. Das ist eigentlich ganz cool. Berserkerpfeile haben wir noch. Wurfpfeile können wir noch nicht. Okay. Dann haben wir noch Jackdaw Upgrades. Was können wir denn hier upgraden? Rumpfausbau? Nein. Äh. Jagdkanonen. Könnten wir nochmal... Das sind die, die nach vorne gehen. Hm, nee. Äh, und Edward Upgrades Pistolensets. Können wir da vielleicht ein neues kaufen? Oder müssen wir da überhaupt sowieso erst mal... Okay, da müssen wir einkaufen gehen. Ähm. Fünf Helden Upgrades herstellen. Cool, cool, cool. So, dann gucken wir nämlich einfach mal. Hier irgendwo können wir doch einkaufen gehen. Und zwar da. Ich denke... Ich weiß nämlich nicht, ob jetzt... Äh, wir haben quasi die Hälfte der Folge etwa rum. Und da weiß ich nicht, ob die zehn Minuten reichen für die nächste Mission. Aber es gibt ja so ein paar Sachen, die wir immer mal wieder zwischendurch machen sollten. Mach mal Platz, da lass mich mal durch. Ich muss hier mal rüber. So. Und dann gucken wir nämlich noch mal nach einem Pistolen-Set. Äh, die Piraten-Donnerbüchse. Nein. Äh, nee. Die macht mir zu wenig Schaden. Aber das hier finde ich ganz gut. Mit, äh, 3-3-3 ist eigentlich recht cool. Kanonenlaufpistolen. Hm. Macht mehr Schaden. Hat gleiche Reichweite. Aber mehr Betäuben. Nee. Wir bleiben bei den spanischen Offizierspistolen. Die finde ich eigentlich ganz cool. Die sind ziemlich ausgeglichen. Äh, wir können noch mal gucken, ob wir hier noch irgendwelche Monturen haben. Mit blutrotem Mantel, Freibeutermontur, Piratenmantel. Äh, das bringt aber halt alles nix. Sieht ja nur anders aus. Und ich finde, Edward sieht eigentlich so schon ganz cool aus. Den können wir eigentlich so lassen, wie er ist. Was wir natürlich jetzt noch mal machen können, ist, wir gehen hier noch mal kurz zu dem guten Herrn, ähm, Hafenmeister und schauen noch mal, was wir für unsere Jackdaw tun können. Äh, und können auch hier natürlich noch mal Zucker und Rum vertickern. Das bringt nämlich noch mal ein bisschen Geld, um dann hier gegebenenfalls, was weiß ich, mal noch irgendwelche Jagdbeute, aber ich würde sagen, das behalten wir erst mal, weil dann können wir vielleicht noch ein paar Sachen hier einfach, äh, später herstellen. Verstärkte Jagdkanonen. Ich denke, die nehmen wir mal mit. Die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Den Rammsporn können wir nicht. Die Kugeln können wir auch nicht stärker machen. Wir können die Kettengeschosse noch mal, ah, ich weiß nicht, die setze ich gar nicht so gerne ein. Die Drehbassen, ähm, schwere Kugeln. Diese schweren Kugeln richten, ah, das ist aber halt fast alles an Kohle, was wir haben. Das ist aber günstig. Das können wir tatsächlich mal holen. Vielleicht haben wir dann da auch einen Schuss mehr oder so. Ich weiß es ja nicht. Tauchglocke haben wir. Lager für Elite-Version der schweren Kugeln. Naja gut, das können wir noch gar nicht. Genauso wie für den, so, dann nehmen wir vielleicht nochmal ein paar Feuerfässer mehr mit. Ist ja egal, alles, was wir irgendwie unterbringen können, ist gut. Ruderboot haben wir schon auf Maximum. Lager für Harpunen. Äh, ja, nehmen wir auch mal mit, falls wir mal wieder, weil ich glaube, mit den paar, die wir haben, kamen wir nicht weit. Und dann kaufen wir noch Munition ein. Mörsergeschosse und Feuerfässer. Da haben wir nämlich ja neue, neuen Platz. So, und dann war es das eigentlich auch schon. Dann wäre jetzt die, also, wir sehen jetzt natürlich wieder unsere wunderbare Jackdaw, die von außen immer noch genauso aussieht wie vorher. Aber wir haben jetzt hier ein, wie, jetzt sind auf einmal neue Upgrades verfügbar. Und willst mich ärgern. So, da könnten wir spielen gehen. Da ist noch ein Animus-Fragment. Da ist auch noch eins. Hier gäbe es noch ein Krokodil. Ich überlege halt gerade Wildschweine, Kaninchen. Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen jagen. Und wir suchen jetzt uns mal tatsächlich ein Wildschwein. Ich bin ein Wildschwein, ich bin ein Wildschwein, ich bin ein Wildschwein. Na, wer kennt den Film noch? Wildschweine. Okay, wo sind hier Wildschweine? Ich sehe keine. Hier sollen welche sein, hat man mir gesagt. Wildschweine sind hier überhaupt keine, hier sind nur Geiseln. Ist natürlich auch sehr gut. Ich wollte eigentlich keine Geiseln retten, ich wollte eigentlich ein Wildschwein klauen, aber nun gut. Kann ich nicht beide irgendwie? So. Müssen wir jetzt noch mehr befreien, oder war es das? Ich glaube, das war es. Irgendwo da oben. Aber wo sind denn hier Wildschweine? Ihr habt mich voll beschissen. Hier sind überhaupt keine Wildschweine. Oder sind das da? Das sind ja auch keine Wildschweine. Das sind vielleicht wilde Schweine, aber da drüben ist ein Hase. Ah, da ist ein Wildschwein. So, damit hätten wir ein bisschen Wildschweinhaut. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob wir den Hasen wiederfinden, weil den brauchen wir auch noch. Glaube ich. Der wird nur ein Wildschwein, also... Bleibst du mal stehen, du Hase. Oh Gott, ich... Ich und Zielen. Alter. So, jetzt... Sag mal, ich hab den echt nicht einmal getroffen, das ist ja richtig peinlich. Jetzt hab ich alle meine Schlafpfeile irgendwie verschossen. Gehen wir mal zurück zur Pistole. Ist hier vielleicht irgendwo noch was, was wir... Nee, ne? Nix rot. Irgendwo soll es hier ja noch Krokodile geben, hab ich gehört. Gesehen hab ich aber noch keine. Doch, da ist eins. Okay, das heißt, wir haben noch ein bisschen mehr Krokodilleder. Was auch immer wir damit anfangen sollen, ich weiß es noch nicht genau. Wird sich schon bestimmt noch irgendwas finden. Ich mach hier nochmal den... Aber sonst seh ich hier auch tatsächlich nicht viel. Da oben ist noch ein... Ähm... Ein Animus-Fragment. Ich weiß halt... Ich hab halt keine Ahnung, was das überhaupt bringt, wenn wir die Dinger sammeln. Ähm... Aber vielleicht kann mir das ja mal einer in die Kommentare einfach reinschreiben. Das fände ich echt super. Weil ich hab tatsächlich gerade einfach das Problem, ich weiß nicht, was mir die bringen. Ich weiß, man kann sie sammeln, aber... Man sammeln kann man viel. Ob das dann... Am Ende was bringt, ist halt immer ein bisschen fraglich. Da hinten ist irgendein Boot. Und noch ein Kroko. Wir probieren uns einfach mal an dem Kroko. Ist hier noch eins. Nicht, dass ich jetzt ins... Ja, da ist noch eins. Ich wollte nämlich gerade sagen, nicht, dass ich ins Wasser steige und dann hat der auf einmal Freude an mir. So, und den da... Edward, geht mal ein bisschen schneller. Stell dich nicht so an. Und den werden wir natürlich auch noch häuten. Und dann können wir ja mal gucken, was da oben ist. Da ist irgendeine Sperrzone. Da weiß ich noch nicht, was uns da erwartet. Aber vielleicht Wasser. Was erwartet? Wasser erwartet. Äh... Das ist eine Sperrzone, wo einfach niemand ist. Super Sperrzone. Und hier ist auch tatsächlich einfach gar nichts. Also, liebe Entwickler, was habt ihr euch denn hierbei gedacht? Ich meine, ihr macht hier eine Sperrzone hin, wo man denkt so, oh, was wird da wohl sein? Und dann ist da tatsächlich... Wenn da... Da ist ja gar nichts. Also, das fand ich jetzt ein bisschen doof, dieses gar nichts. Da kommen wir unten... Aber wir kommen da nicht hoch. Ich weiß halt noch nicht genau, wie wir da zu der Kiste kommen. Aber dann lassen wir die Kiste erstmal Kiste sein. Wir geben uns einfach mal zurück ähm... in die Stadt. Und schauen mal, wie es mit der Story-Mission weitergeht. Ich wüsste nämlich sonst nicht, was wir jetzt hier anderes machen sollten. Ich laufe da nochmal kurz hin. Und... Ach, nicht schon wieder so ein blöder Kurier. Das ist so langweilig. Das ist viel zu schnell. Also, weiß ich nicht. Ich finde das langweilig mit den Kurieren. Gab aber auch... Gab es aber auch in Unity so ein paar Stellen, die ich einfach doof fand. Ja, also, irgendwie, da gab es ja auch so ähnliche Kuriere, die dann aber nicht weggerannt sind, sondern die Leibwächter dabei hatten. Und da musste man die töten, ohne, dass man bemerkt wird, damit man dann das Geld kriegt. Und... Tut mir leid, dass... Ich fand das so nervig, schwer gemacht. Da hatte ich dann auch keine Lust mehr drauf. So. Wir laufen mal noch darüber. Hier hängt überall die Piratenflagge. Ich wollte gerade sagen, der Union-Jack. Ähm... Hier drüben geht's weiter. Das sieht aus, als wäre das Kit. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sind am... Oder sage ich... Ist ja kein Konjunktiv. Wir sind am Folgenende angekommen. Ich danke euch, wie immer, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.